Das ist mein Bruder Sebastian. Wir betreiben zusammen hier im Familienbetrieb das Kino schon seit knapp 100 Jahren, in der vierten Generation inzwischen. Jetzt haben wir uns überlegt, wie soll das Kino der Zukunft aussehen und haben da lang drüber überlegt, was sind die Komponenten und daran tüfteln wir gerade und sind deswegen hier auf der Baustelle. Man muss sich ja immer überlegen, vor welchen Vorausforderungen stehen wir. Ich würde sagen, heutzutage ist Netflix und Co. einfach ein großer Faktor, den ich aber gar nicht verteufeln will, sondern eigentlich der Meinung bin, dass es eine hohe, gute Qualität hat. Nur wir müssen eben gucken, dass wir quasi auf unserem Segment einfach was Tolles bieten, ein tolles Erlebnis bieten. Einfach so, wie man sich, glaube ich, wie sich jeder wahrscheinlich zu Hause das perfekte Kinoerlebnis wünschen würde, nämlich auf einer sehr bequemen Couch mit der perfekten Technik, mit dem perfekten Bild und das war quasi so auch ein Ansatzpunkt, den wir da verfolgt haben. Der Saal hat erstmal eine eigene Atmosphäre. Du kommst durch das extra Eingangsportal rein, tauchst in die Synambiens Stimmung ein, in die Lichtstimmung und die ganzen Elemente, die an der Wand sind, die das ein Lichtspiel geben. Dann schaust du nach vorn auf die Leinwand, die wir neu gekauft haben, die Klarus Leinwand, extra mit Silber geschichtet, dass man wirklich eine 1A Reflexion hat. Wenn du dann richtig Power willst, dann setz dich auf die D-Box Stühle, die dich noch durchrütteln und dir so richtig das Feeling geben, du bist im Film. Wenn du jetzt weniger auf die actionreiche Variante stehst, dann setz dich hinten auf die Couchen, lässt dir gut gehen und egal wo du dann sitzt, sei es vorne, sei es hinten, sei es D-Box, sei es Couch, dann haut dich einfach noch der Sound weg, indem wir einfach von allen Seiten, auch von oben mit Dolby Atmos und noch zusätzlichen Sapufan dich einfach wegballern. Also ich würde mir einfach grundsätzlich sagen, wir lieben halt irgendwie Kino, wir lieben Film und wir lieben einfach alle Facetten, die man daraus von kann. Da ist jetzt unser Ultimate-Saal ja einfach unser Flaggschiff gerade. Das bietet einfach ein immersives Erlebnis, was einen wirklich mitnimmt, was man eintaucht. Aber wir wollen eben nicht nur quasi für die größten Actionknaller und für die für die größten großen Produktionen, wir wollen nicht nur die Gebühren zeigen, sondern wir wollen quasi einfach das ganze, den ganzen Filmspektrum und das ganze Erlebnis einfach entertainmentmäßig abdecken. Wir machen alles genau, wir machen von High-End Kino, hier jetzt neue Cineplex, bis einfach zu alle möglichen Films, bis zur Nischigsten und eben auch im Proli dieses angenehme Zusammenspiel zwischen Café, Gastro und eben gemütlich ins Kino, luxuriös ins Kino gehen, bieten wir alles. Genau, so den kompletten Abend einfach gestalten können, Essen, Kino gehen und immer wieder danach noch sitzen bleiben und sich über den Film unterhalten oder Gott und die Welt, keine Ahnung. Okay, das nochmal! Er ist ein Christophère, was erinnertisch, seine Ahnung.